Hier die Jumper T Pro, die 4 in 1 Version. Die graue Tasche war dabei und ich habe natürlich das ExpressLRS 2,4 GHz Modul dazu bestellt, welches man hinten drauf stecken kann. Die aktuelle OpenTX Version ist drauf und ich kann sofort losfliegen. Die Jumper T Pro liegt deutlich besser in den Händen als die Vorgänger Jumper T-Lite. Das ist hier der erste Flug mit einem 5 Zoll T-Motor FT5 MK2 Quad. Und ja, man kann gut mit der Funke fliegen. Die T Pro wird in eine Box geliefert. Dabei ist eine graue Aufbewahrungsbox mit einer bunten Dokumentation dabei. Sogar OpenTX ist es hier beschrieben. Ich habe das 4 in 1 Bundle mit dem externen ExpressLRS Modul bestellt. Innen findet man ein Gimbal Schutz, der zwar aus hartem Kunststoff ist, aber so die Funke beim Transportieren schützt. Die T Pro Funke ist aus einem hochwertigen Kunststoff, sieht richtig gut aus. Und vor allem ist die Funke immer noch sehr kompakt. Im Vergleich zu der alten Jumper T-Lite sieht die Pro Version hochwertiger aus und ist etwas größer und dicker. Hinten sind nun flache Schalter und eine einklappbare Antenne. Die Griffe sind dicker und so liegt die T Pro besser in meinen Händen. Die Gimbals fühlen sich gut an, sind aber ziemlich identisch wie bei der alten T-Lite Funke. Die Knüppel lassen sich sehr leicht bewegen, fast ohne Widerstand. Ich mag das, aber viele mögen stärkere Fäden. Ich kann sehr gut die Funke in den Händen halten ohne einem Halsgurt. Ich fliege hybrid, also mit zwei Fingern, den Daumen oben drauf und zum Kontroller gestützt mit dem Zeigefinger. Mit dem Mittelfinger kann ich gut die Funke gegenhalten. Dagegen die alte Jumper T-Lite sieht aus wie ein Spielzeug Funke aus. Obwohl diese immer noch sehr gute Wahl ist. Jetzt komme ich noch zu den Schalten. Wir haben leider nur zwei vollwertige 3 Stufen Schalter da. Die anderen äußeren Schalter sind leider nur Druckschalter, die nur an sind, solange ich drauf drücke. Das finde ich echt schade. Hier wäre es perfekt, wenn man Schalter mit ein und aus hätte. Wie man das ja von TBS Tango 2 kennt. Wer braucht denn solche Schalter? Zwar kann man die Schalter per Software als an und aus einrichten, aber man fühlt oder sieht es nicht, wann diese an sind. Für mich aber als Quarzkopter Pilot nicht so schlimm. Mir reichen zwei Schalter aus und oben befinden sich noch die sechs Schalter, die ich für zum Beispiel Buzzer oder Flip Over After Crash verwenden kann. Somit habe ich genug Schalter da. Trotzdem verstehe ich nicht warum Jumper auf die Idee kommt, hier so sinnlose Druckschalter einzubauen. Die T-Pro benötige zwei 18650 Akkus. Hier sollte man darauf achten, dass die Akkus nicht zu lang sind. Die Samsung Akkus passen hier wunderbar rein. Egal ob der Akku oben einen abstehenden Knopf am Pluspol hat oder die flache, kurze Version. Passt hier rein. Zum Vergleich hier ein geschützter NCR 18650 B Akku, der 7 cm lang ist und passt hier leider nicht rein. Der Akku darf nicht länger sein als 48mm. Also einfach zwei ungeschützte 18650 Akkus kaufen, die passen auf jeden Fall. Der Akkudeckel geht etwas schwer rein, muss aber eigentlich nie geöffnet werden. Die Akkus werden extern per USB-C geladen. Der Ladestrom ist leider recht niedrig mit nur 0,6 Ampere. Also muss man ungefähr die Akkus sechs Stunden aufladen bis die voll sind. Schnalle ich meinen Tragegurt an, so ist die Funke super balanciert und man kann gut im Stehen mit dem Gurt fliegen. Auf der 4 in 1 Funke ist Open DX installiert. Kauft man die Jumper mit internen ExpressLRS, dann wird die Jumper T Pro mit HDX ausgeliefert. Eine SD Karte liegt nicht bei und muss selber von Open DX Seite geladen werden. Zusätzlich kopiere ich mir noch das ExpressLRS, Lua Script und das Scripted Tools. Dann kann ich auch schnullos per Bluetooth mit dem ExpressLRS Modul Flugsimulator am PC fliegen. Eine 1GB SD Karte reicht vollkommen aus, die hier oben eingesteckt wird. Jetzt funktioniert sofort die Sprachausgabe. Hier oben die kleinen Joystick Schalter sind die Trim Schalter für den linken und den rechten Knöppel. Über die Trim Knöpfe kann ich auch in dem Boot Menü kommen. Indem ich die Trim Schalter zueinander kippe und gleichzeitig den Strom Knopf kurz einschalte. Hier sieht man nochmal dass hier die Open DX 2.3 14 installiert ist. Hier die Jumper T Pro mit dem externen ExpressLRS Hi-On 2,4 GHz Modul der bis 500mW senden kann. Eine gute Moxon Antenne liegt bei. Es muss ein externer Adapter für das Nano Modul an der Funke angeschraubt werden. Es ist identischer Adapter wie es den bei der T-Light Funke gab. Schade dass hier der Adapter nicht direkt in die Funke integriert ist. Was schöner aussehen würde. Der Adapter wird mit drei beiliegenden Schrauben befestigt. Achte dass unten die gebogenen Kabel nicht von den Schrauben eingedrückt werden. Nun sitzt der Adapter fest und ich kann das externe Nano Modul hier anschliessen. Achte darauf dass du nicht die dünnen Pins bei dem Nano Adapter verbiegst. Weil diese schnell abbrechen können. Die Funke an und unter Modelleinstellung wähle ich einen externen Sender Modul aus mit dem Protokoll Crossfire aus. Und schon läuft das Modul. Ich stelle aber noch die Schalter ein die ich bei allen meinen Quadcopter gleich verwende. Also auf Kanal 5 kommt der linke 3 Stufen Schalter hin der für Motor an und aus ist. Der Kanal 6 nutze ich für den zweiten Dreifach Schalter für meine Flugmodi. Also stabilisiert das Angle Mode, dann Horizon Mode und das Acro Modus zum FPV fliegen. Den Kanal 7 benutze ich für den Buzzer. Dazu nehme ich den ersten Druck Schalter links oben und den Kanal 8 nutze ich für Flip Over After Crash mit dem Druck Schalter 6 oben rechts. Auf dem ExpressLRS Modul sieht man das noch nicht die offizielle 2.2 Version drauf ist. Ich aktualisiere noch das Modul per USB C Kabel am PC mit dem ExpressLRS Konfigurator. Jetzt ist das ExpressLRS 2.2 drauf. Hier zu lesen. Nun kann ich am Display per Joystick hier die Einstellungen vornehmen. Ich verwende immer die Packet Rate 250 Hertz und stelle das Modul auf 100mW ein. Die Telemetrie lasse ich auf den niedrigsten Betragungswert also 1 zu 128. Bei meinem Jumper T Pro Paket war auch ein ExpressLRS Empfänger dabei, der auch von ION hergestellt wird. Der Empfänger ist recht klein, etwas größer als der Happymodel AP1 Empfänger, hat aber eine Antenne mit dem kleinen Epix Stecker, den man schneller verbiegen kann. Dafür ist die T Antenne recht gut verarbeitet. Die Antenne von Happymodel finde ich einfach zu weich. Übrigens die beste Antenne hat BetaFPV LRS Nano Empfänger. Diese ist sehr fest und kann mit Kabelbühne gut befestigt werden. Ausserdem ist der Empfänger von BetaFPV mit einem stärken Telemetrie Rückkanal ausgestattet, der bis zu 100mW zurück senden kann. Die anderen Empfänger senden nur mit 10mW zurück. Bei dem Jumper Empfänger liegt eine Kurzbeschreibung bei mit dem Anschlussdiagramm. Der Empfänger wiegt 1,6 Gramm. Die Funke an und der Jumper ExpressLRS Modul funktioniert wunderbar mit jedem ExpressLRS 2,4 GHz Empfänger. Hier als Beispiel mit einem Happymodel Empfänger in dem HGLRC Petrel 75mm 2S Whoop. Mein Bipper funktioniert auch auf dem Schalter oben links. Bei den sechs Schaltern oben ist zu beachten, dass es sechs eigenstellige Schalter sind. Also jeder Schalter kann für einen Kanal genutzt werden. Aber es kann immer nur ein Schalter an sein. Per OpenTex Software kann man natürlich die Schalter so anpassen, dass diese als ein einziger Stufen Schalter funktioniert. Das Software ist halt eben alles möglich. Ich habe mich für die Jumper T Pro mit dem FinOne Modul entschieden und zusätzlich mit dem externen ExpressLRS Modul, weil ich so alles fliegen kann. Also auch Quadcopter mit FrSky, FlySky, DSMX Empfänger. Aber als Einsteiger würde ich heute nur noch die ExpressLRS Version nehmen, wo der interner Sender ein ExpressLRS Modul hat, der bis 1000mW läuft. Hier gibt es aber eine kleine Sache, die der Jumper Hersteller nicht berücksichtigt hat. Nämlich das Wiederherstellen von dem ExpressLRS Modul, falls das Modul mal nach einem WLAN Update nicht mehr funktionieren sollte. Passiert zwar selten, aber dann kann man das Express Modul nicht per USB Kabel wiederherstellen. So gibt es zwar heute eine Lösung dafür, aber man muss die Funke aufmachen, um den Boot Knopf vom ExpressLRS für die Wiederherstellung drücken zu können. Erst dann kann man per HTX USB Serial Debug Modus den internen ExpressLRS Modul wiederherstellen. Von Preis Leistung finde ich die Jumper T Pro sehr gut. Die Funke ist die kleinste mit einem Display, also sehr kompakt, passt in jeden Rucksack, was mir gut gefällt. Alternativ gibt es die super günstige Light Rider 3 Funke von BetaFPV für den Einstieg, wo sogar ein Akku intern eingebaut ist. Günstiger kann man nicht ExpressLRS fliegen. Falls man aber auch Flugzeuge fliegen möchte, ist eine grosse Funke mit einem Farb Display die bessere Option. Ich persönlich mag lieber die grossen Funke. Ich komme nicht so gut zurecht mit den kleinen Gamepad Funken. Zwar kann ich mit so einer kleinen Funke gut fliegen, aber deutlich besser fliege ich mit einer grossen Funke, wie der Radiomaster TX16S oder die Baugleiche TX16S. Oder die kompakte TPS Mambo finde ich super und eigentlich auch nicht zu teuer. Natürlich brauche ich für jeder der grossen Funken noch ein ExpressLRS Modul. Ohne Express Modul geht heute fast gar nichts. Jedes leichte Tiny Whoop wird heute mit ExpressLRS Empfänger angeboten. Meine Hauptfunke bleibt momentan die TX16S mit dem Farb Display mit dem 4in1 internen Modul und hinten als Erweiterung das ExpressLRS 2,4GHz Modul. Also viel Spass beim Fliegen. Und auch viel Spass beim Fliegen. Ja öçten kurz diese Aufmerksamkeit und Registern in dem Diat bete ich 还是 ein이나icks immigran teams的 Registern in dieser Kab highway. Ich habe gesagt, dass man den schönen Tag halt часто findet, dass man sowas. Ich bin giant, was mit dem highlights auf, ob ich so schnellア Software gableisch genauer. Ich bin ein toils 있어서, dass man sieht aus. Bis zum nächsten Mal.